Der Ultraschallvernebler ERU-Swiss U600 dient zur Befeuchtung der Raumluft und zeichnet sich speziell durch folgende Funktionen aus. Leistungsstarke und sichtbare Befeuchtung. Wahlweise kühle oder warme Befeuchtung dank der Vorheizung. Stufenlose Leistungsregelung. Eingebauter Hygrostat. Automatische Abschaltung bei zu geringem Wasserstand. Das Wasser wird mit Hochfrequenzschwingungen in mikrofeinen Nebel umgewandelt und an die Raumluft abgegeben. Diese Art der Befeuchtung ist extrem leise und doch sehr leistungsstark. Dank der Vorheizung tritt der Nebel mit angenehm warmer Temperatur aus, was vor allem im Winter ein sehr komfortables Raumklima erzeugt. Die optimale Wasserreinhaltung wird durch den neu entwickelten IONIQ Silver Stick gewährleistet. Platzieren Sie das Gerät auf erhöhter Position, wie zum Beispiel auf einem Tisch oder einer Kommode. Die Bedienung ist denkbar einfach. Durch Drehen des rechten Knopfes schalten Sie das Gerät ein oder aus und regulieren zudem die Verdunstungsleistung. Durch Drehen des Hygrostat-Knopfes stellen Sie die gewünschte relative Luftfeuchte im Raum ein, wobei die vertikale Position etwa 50% relativer Luftfeuchtigkeit entspricht. Der U600 schaltet bei Erreichen der gewünschten relativen Luftfeuchte automatisch aus. Wird die gewünschte relative Luftfeuchte unterschritten, schaltet das Gerät wieder automatisch ein. Durch die Vorheizung tritt der Nebel mit angenehm warmer Temperatur aus. Die Raumtemperatur sinkt in der Folge nicht ab und die Wasserreinhaltung verbessert sich merklich. Die Nebeldüsen lassen sich in jede gewünschte Richtung drehen. Wenn die Wasserstandsanzeige rot leuchtet, muss der U600 mit Wasser nachgefüllt werden. Je nach Wasserhärtegrad muss die Entkalkungspatrone alle zwei bis drei Monate gewechselt werden. Dafür können Sie die Patrone einerseits komfortabel durch eine neue ersetzen oder andererseits ökologisch nachfüllen. Die Nachfüllpackung beinhaltet alles Zubehör für drei Befüllungen. Setzen Sie das beigelegte Styroporstück in die mittlere Öffnung der Entkalkungspatrone. Schütten Sie den Inhalt eines Nachfüllbeutels in den in der Verpackung enthaltenen Becher. Bringen Sie damit das Granulat sauber in die Patrone. Entfernen Sie nun den Becher und das Styroporstück und schließen Sie den Deckel. In beiden Varianten muss sich die Patrone im Anschluss 24 Stunden in klarem Wasser vollsaugen. Der IONIQ Silver Stick muss einmal pro Saison ersetzt werden. Die Reinigung ist einfach. Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und entnehmen Sie den IONIQ Silver Stick. Zur Reinigung empfehlen wir ausschließlich das speziell für Luftbefeuchte entwickelte Kalk Off. Vermischen Sie das Reinigungsmittel mit sauberem und heißem Wasser. Eine Packung auf einen Liter. Entfernen Sie die Verneblerdüse sowie die Entkalkungspatrone vom Wassertank. Auch der Wassertank lässt sich sehr gründlich mit Kalk Off reinigen. Befüllen Sie auch den Verneblerraum mit der Kalk Off-Mischung und lassen Sie diese mindestens eine Stunde einwirken. Der Verneblerraum und die Ultraschallmembran lassen sich mit der inkludierten Reinigungsbürste reinigen. Spülen Sie das Kalk Off mit viel Wasser gut aus. Für die Oberflächenreinigung eignet sich am besten ein Mikrofasertuch. Die Reinigung ist beendet, schnell und unkompliziert. Nach dem Zusammenbau kann der U600 wieder mit Wasser befüllt werden. AeroSwiss U600. Lebensqualität liegt in der Luft. Dachau рос, das Kalk Off-Mischung. Wielf bisschen was. Was war das Kalk Off-Mischung für Wicht. Bei FELGPER war das Kalk Off-Mischung des N hele勝forsいただitek. Für die Oberflächenreinigung. will Federer diese Unterricht ein wenigst kost or Um, was ich wirklich dabei bin, dann wirklich dabei grein.